Bitte hier unten rechts bei YouTube das runde Ding die Wiedergabegeschwindigkeit auf doppeltes Tempo stellen. Ja, bevor ich heute die Tagesthemen und alles mache, kurz ein Hinweis auf eine wichtige Neuerung, die wir zwar schon mal erwähnt hatten. Wir haben also den Sender News und Talks, der ja einer der rührigsten ist oder der rührigste wahrscheinlich ist beim Veröffentlichen unserer Sendungen. Da haben wir gebeten darum, dass etwas Neues hier in diese Liste der wichtigen Sendungen aufgenommen wird. Also wir sind hier quasi unter der gestrigen Sendung und so wird das dann wohl heute auch aussehen. Klickt man also auf mehr ansehen und dann sieht man hier, hier sind diese wichtigen Sendungen, die Gespräche mit dem entstehenden Landespartei der Partei WIR 2020. Also deswegen, es geht jetzt nur noch darum, Leute, konzentriert euch alle darauf. Werde ich bei der nächsten Bundestagswahl WIR 2020 wählen und warum eventuell nicht? Denn das wäre der größte Fehler, den man machen kann. Das ist unsere einzige Großchance jetzt auf ein tausendmal besseres Deutschland sozusagen. Und hier steht das dann jetzt, denn hier kann man es jetzt anklicken. 56 Prozent durch die Next Scientist Reformen. Was sagen die Wähler? Also hören Sie sich doch erst mal an, was die anderen Wähler dazu sagen, bevor sie sich entscheiden, die falsche Partei bei der Bundestagswahl zu wählen. Ja, und dann klickt man hier drauf und dann, ich zeige es Ihnen, ich habe es aber schon aufgemacht. Und hier sieht man dann die Sendung vor dem Corona-Ausschuss in drei Varianten. Bei Roger Bittel, das heißt jetzt nur eine Variante, Lehrer Mafi über den Weltrat und über die Next Scientist for Future. Ja, ich gehe das erst mal durch hier. Und dann Talkshow mit der Gemeinwohlökonomie, weil die ja auch ein Thema für manche ist in der Partei WIR 2020. Und dann hier, dann ist das die Einladung an die Talkshow Demokratie pur. Denn wir wollen, ja, im Moment ist ja Talk im Hangar 7 von Servus TV und das Corona-Quartett von Servus TV sind ja die besten Fernsehsender, ist ja der beste Fernsehsender im deutschsprachigen Raum überhaupt. Und die beste Talkshow im deutschsprachigen Raum wieder, über die, die wird es ja gleich auch in den Kurznachrichten und in den Tagesthemen gehen. Und hier Instagram, ja, das hat man auch mal gemacht, aber es hat sich nicht bewährt. YouTube ist also immer noch die beste Plattform für Internetfernsehsender. Ja, und ja, dann haben wir hier den Einstieg zu den Gesundheitsabnehmen und Prepar-Tipps. Ganz wichtig, hier draufklicken, da erfahren Sie alles. Ich habe mittlerweile mit dieser Technik, ich nähere mich der Tatsache, dass ich dann am Ende 16 Kilo abgenommen habe und sie konstant halten kann mit der sensationellen neuen kostenlosen Methode des Weltrates, die natürlich alles der Menschheit schenken und nichts verkaufen, ja, sozusagen. Jedenfalls der Rat als Rat und die Next Scientists als Next Scientists, ja. Ja, dann ein paar wichtige Sendungen für den Anfang, ob die noch so wichtig sind. Und dann nochmal, hier, bitteschön. Werdet so wie der Sender News und Talks, macht das richtig, dann gibt es noch, es gibt insgesamt, glaube ich, vier, fünf Sender, die immer wieder mal etwas von uns wiederveröffentlichen, denn alle, die Originale stammen von unserem Videoverteiler und sie dürfen sich jetzt diese, alle unsere Sendungen hier mit der Creative Commons Lizenz, mit Quellenangabe, einfach nur, quasi einfach Quellenangabe, original stammt vom Videoverteiler der nextscientistsforfuture.de und dann können Sie das so oft, wie Sie wollen, wiederverwenden und gerne. Also wir freuen uns über jeden. Es sind bis jetzt nur vier, fünf Sender, die immer wieder mal was von uns veröffentlichen. Dann veröffentlichen Sie bitte auch, denn das ist, wenn wir die Wahl, wenn wir nicht 20 Prozent mindestens bei der Bundestagswahl kriegen, dann wird es nichts mit Deutschland total verändern. Dann geht es jetzt dann erst nochmal vier Jahre weiter und dann haben wir vielleicht, nähern wir uns dann stärker den 56 Prozent, die die nextscientistsforfuture erreichen können als Maximum. Darüber raus wird es wohl nie was werden, weil es dann, ich habe die Studie ja auch gelesen, es gibt dann ja zu viel wirklich Gegenwind von den 44 Prozent. Die sind wirklich, die verstehen gar nichts, von gar nichts. Und die lehnen das dann auch rundweg ab und zwar ganz brutal, weil sie eben es auch gar nicht verstehen. Ja, also hier, wenn man da drauf klickt, kommt man dann also hier hin. Suche. Weltrat der Weise. Weisen. Rettung. Ja, danke, aber wie? Warum steht da Suche? Jetzt bin ich ein bisschen erstaunt. Ach, jetzt bin ich aus Versehen in der Suche gelandet. Da ist was schiefgegangen. Jetzt muss ich mal gucken, was hier schiefgegangen ist. Sorry. Jetzt klicke ich mal selber hier drauf, ob dieser Link dann wenigstens stimmt. Ja, irgendwie hier funktioniert er jetzt. Aber dann gut, dann muss ich das da drüben jetzt nur zum Demonstrieren nur nochmal richtig machen. Ich muss es jetzt hier einfach, weil es hier ein bisschen größer ist, muss ich hier einfach mal irgendwie zurück wahrscheinlich. Ja, jetzt bin ich doch da. Jetzt bin ich da. Ja, also Kommentare von Wählern zu NextScientists und Weltrat. Ja, denn bevor Sie selbst sich für die falsche Partei bei der nächsten Wahl entscheiden, also gegen wir 2020 entscheiden, sollten Sie das nochmal gründlichst überprüfen. Und zwar können Sie das anhand dieser Seite jetzt hier. Sie können als, ja, hier können Sie, wie reagieren die Wähler drauf? Sie können sogar die, es kommen quasi die Ergebnisse von drei Meinungsforschungsinstituten und deren Befragung auch der Wähler, warum Sie eben bis zu 56 Prozent die Reformen der NextScientists gewählt haben. Ja, das können Sie alles nachlesen hier, das kennen Sie schon zu den Wählerstimmen. Eine wundervolle Seite, beziehungsweise eine tolle Vision, danke fürs Verlinken und so weiter. Und so können Sie jetzt also die ganze Zeit jetzt Kommentare lesen, Wählerkommentare. Wunderbar, ich finde die Ideen absolut großartig, Glückwunsch dazu. Das hat übrigens einer von der Partei Wir 2020 gesagt zu den Reformen, ja, und so weiter. Und jetzt hier, das sind auch Kommentare zu dem Corona-Ausschussauftritt und so weiter. Super Gast. Ja, also da geht es immer weiter, immer weiter. Sie können also ganz viel sich informieren, warum in den Tests hier in der simulierten Bandung des Bundestagswahl bis zu 56 Prozent der Wähler begeistert von den Reformen des Weltrates und der NextScientists for Future sind. Ja, und dann hier, das sind so ein paar Kommentare über denjenigen, der sich den Studien gestellt hat, der eine Studie jedenfalls gestellt hat und dann kann man dann auch hier, kann man hier sozusagen hier Kommentare aus einer Studie. Ja, äußerst interessante These. Das sind die Projekte, die uns als Gesellschaft langfristig friedvoll weiterbringen. Ja, da hat jemand die Wahrheit erkannt. Danke für das Kompliment an die NextScientists for Future. Ja, und dann so die Scans, dann geht es um die, ich habe sogar festgestellt, diese Firma gibt es immer noch. Denn sie müssen sich klar sein, einige der Wissenschaftler des Weltrates und der NextScientists for Future arbeiten ja an dem gesamten Projekt Weltrat und NextScientists for Future schon seit über 50 Jahren. Genau genommen seit 52 Jahren. Und natürlich sind die Studien schon etwas älter, denn die Reformen liegen ja schon seit etlichen Jahren endfertig vor. Und haben sich seitdem, sind zwar immer noch mal überprüft worden und wurden noch mal, aber haben sich nicht wesentlich geändert, sozusagen das Grundprinzip. Ja, und hier, da steht dann die Studie, der Studientext ist natürlich nur irgendwie eingescannt im Sinne eines Scans. Das war damals an der Uni Köln nicht anders möglich, als dass aus den, die Papiere dieser Studien gescannt wurden und dann eben so ungefähr richtig die, 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 die quasi die gescannte Schrift in Wordscript umgewandelt haben. Aber es wurden dann die Fehler weitgehend rauskorrigiert, sodass man sagen kann, es ist halbwegs vernünftig. Und dann so nochmal Stellungnahmen zu dem entsendeten Mitglied des Weltrates und so weiter. Ja, also hat man dann ganz viel sozusagen, ja, Zeugnisse und Stellungnahmen, ja, von Unternehmensberatern. Und dann ganz am Ende finden Sie auch nochmal die Internetsendungen, also auch nochmal hier einige Internet-Fernsehsendungen. Da finden Sie dann auch eben wieder alle wichtigen, die zentralsten, wichtigsten Sendungen, letztendlich auch über zum Thema Zusammenarbeit entstehender Landesverband WIR 2020 und Next Scientists for Future vom Weltrat, ja. Ja, und damit haben Sie jetzt es in der Hand, sich wirklich zu informieren, warum die anderen, warum 56 bis zu 56 Prozent der Wähler in den Test, in der Testwahl, in der simulierten Bundestagswahl sich ganz klar für diese Reformen entschieden haben und mit welchen Begründungen, ja. Ich gehe nochmal kurz zurück hier zu den Wählerkommentaren. Ja, nur mal, dass Sie, warum haben die Wähler so gewählt? Ja, also hier, ich lese nur mal die ersten Kommentare vor. Das können Sie ja dann alles selber lesen. Kommentare zu den Kommunikationen, also des Vertreters des Weltrates und der Next Scientists for Future. Probleme der Gesellschaft gut erkannt, produktive Verbesserungsvorschläge, Probleme gut ausgearbeitet, Verknüpfung von Problemlösungen sehr durchdacht. Würde Herrn Dreistein in dieser Reform gerne als Regierungsmitglied sehen, was natürlich nicht geht, denn der Weltrat darf immer nur als externer Politikberater wirken und Parteien unterstützen. Und wir dürfen natürlich auch zur Wahl einer Partei aufrufen und sie empfehlen. Aber ansonsten müssen wir neutral bleiben und dürfen natürlich nicht Parteimitglied werden, bis auf Ausnahmeregelungen. Man kann das vielleicht für einzelne Personen als Ausnahmeregelungen machen, dass sie doch in Doppelrolle auftreten dürfen, Ratsmitglied und Parteimitglied eventuell. Gute Ansätze für Gesundheitsreformen, gute Ansätze für gesellschaftliche Veränderungen und so weiter. Also lesen Sie das, das ist sozusagen der Schlüssel. Da werden Sie verstehen, dass wenn Sie, das schreiben ja immer irgendwelche Leute so Kommentare, wo Sie die Partei Wir 2020 oder Bodo Schiffmann oder die Next Scientists for Future irgendwie verunglimpfen oder zu diffamieren versuchen. Ja, machen Sie sich klar, dass das alles auf Unwissenheit beruht, dass Sie noch nicht verstanden haben, dass eben 56 Prozent der Wähler bis zu 56 Prozent der Wähler begeistert sind von diesen Reformen und dass Sie entweder das bis jetzt ignoriert haben und gar nicht gelesen haben oder dass Sie sozusagen zu den 44 Prozent gehören, auf deren Stimmen wir sowieso verzichten müssen, weil sie irrelevant sind, weil sie so ungebildet sind, dass Sie so komplexe Reformen natürlich nicht verstehen können, selbstverständlich nicht verstehen können. Und wenn das der Grund ist, dann sollten Sie sowieso aufhören zu kommentieren, denn Sie spielen keine Rolle für die seriöse politische Diskussion in der Gesellschaft. Und ja, wir haben es ja auch erlebt, dass in der Sendung, die gestern veröffentlicht wurde, wo das also nochmal die erste Verhandlung mit dem entstehenden Landesverband der Partei Wir 2020 ja nochmal wieder veröffentlicht worden war, dass dann sofort sich jemand von denen oder einige von den sogenannten Reichsbürgern reingedrängt haben mit ihrer Verfassung von 1871 und die wird man kaum noch los dann, ja, aber solche Leute gehören natürlich zu diesen 44 Prozent, die weder was verstehen wollen, noch etwas verstehen können, das ist leider so. Und wir müssen uns auf die 56 Prozent konzentrieren und wenn es am Ende, da so jede Studie natürlich gewisse Ungenauigkeiten hat, am Ende vielleicht doch nicht 56 Prozent sind, sondern nur 30 Prozent, dann müssen wir sehen, dass wir dann halt mit diesen 30 Prozent dann den Kanzler stellen, die Kanzlerin stellen können und ja. So, jetzt habe ich glaube ich das hier ausreichend gezeigt. Das wurde jetzt also nochmal extra für Sie, liebe Zuschauer, aufbereitet gründlich. Und dann haben wir jetzt hier natürlich wie immer unsere wissenschaftliche Tagesschau und die Tagesthemen. Ja, also das ziehen wir jetzt durch, weil natürlich wir von den Next Scientists for Future begeistert sind und über solch einen kompetenten politischen Partner, wie wir ihn in der Partei WIR 2020, zumindest jetzt erst mal in dem entstehenden Landesverband und in dem Doktor der Physik gefunden haben, der da sozusagen, ja, letztendlich das Ganze, das Orga-Team sozusagen, ein bisschen mitgestaltet sozusagen. Und deswegen scheuen wir uns auch nicht, ganz klar zu sagen, hier wählt Bodo Schiffmann, wählt die Partei, auf jeden Fall die Partei WIR 2020. Und natürlich hat diese Partei nur eine Chance mit prominenten Galleonsfiguren ohne Prominenz nichts los. Es gibt keine Chance für einen Wahlerfolg ohne Prominenz. Und ich habe es gerade wieder gesehen hier als Beispiel. Ja, gerade habe ich eine Sendung gesehen, da hat das, ich weiß gar nicht, ob sie hier steht, einer der großen Sender, kann sein, dass er hier gar nicht steht, aber der hat zum Beispiel, ein berühmter Sender hat also die stellvertretende Parteivorsitzende der Partei WIR 2020 interviewt und hat zigtausende Klicks gekriegt. Ein anderer, nicht so bekannter Sender hat die gleiche Sendung veröffentlicht und hat praktisch keine Klicks gekriegt. Also deswegen, wir brauchen die berühmten Sender, denn die bringen eine eigene Prominenz mit und erzeugen große Klickzahlen und wir brauchen prominente Mitglieder der Partei WIR 2020 oder zumindestens Prof. Back, Dr. Wuda, Kronburg und so weiter. Wir brauchen diese wenigstens als Befürworter der Partei oder Wahlempfehlungen aussprechende Promis sozusagen, Ohne das wird es alles nichts werden und deswegen helfen Sie mit, klemmen Sie sich dahinter. Alles andere, was wir in der Welt haben, wird Ihnen nie ein glücklicheres, gesünderes und längeres, schöneres Leben in einem reicheren Land bescheren können. Das kann nur die Kombination aus WIR 2020 und NEXT-Reformen, also NEXT-Scientists-Reformen, hier abgekürzt aus Platzgründen. Ja, und dann widmen wir uns doch mal den Kurznachrichten und den Tagesthemen. Talk im Hangar 7 wird zur Sprache kommen. Dort war Clemens Abey, der Biologe. Ja, Boris Palmer, Gmx hat Sensationelles berichtet und Schweden war wieder Thema. Ja, legen wir doch mal los mit den Kurznachrichten und den Tagesthemen heute so ein bisschen kombiniert. So, dann schauen wir mal. Ja, so, Gmx hat wirklich was Sensationelles gebracht, denn das ist ja immerhin auch so ein ziemlich mainstreamiger Sender. Gmx ist ja immerhin eine der größten E-Mail-Plattformen des Internets und die machen ja ihren eigenen Journalismus. Ja, und dass die sich jetzt vorgewagt haben und gesagt haben, hier Studien, eine Megastudie, wohl, glaube ich, auch von Johannidis oder so, zeigt Corona-Sterblichkeit nur ein Viertel der von Trosten unterstellten Corona-Sterblichkeit. Also nur ein Viertel. Und das wagt sich ein ziemlich mainstreamiges journalistisches Medium. Schön, sehr gut. Also das entspricht also dann dem, was wir seit Monaten sagen, als Einzige seit Monaten konstant sagen, etwas kräftigere Grippe. Ja, genau dafür sprechen offensichtlich diese neuen Zahlen und bestätigen uns mal wieder. Ja, und nur ein Zehntel, Gmx sagt, glaube ich, auch noch, und nur ein Zehntel, also die neuen Daten weisen darauf, dass die Gefährlichkeit von Corona nur ein Zehntel der vom Robert-Koch-Institut angenommenen Gefährlichkeit ist. Ist das nicht toll, eine Sensation, dass Gmx sowas berichtet? Dann, da war ein Bericht wieder über Schweden und eine Schwedin sagt da ganz offen die Wahrheit und sowas. Wenn jemand sowas sagt, warum glaube ich sowas? Weil er gegen die soziale Erwünschtheit redet. Denn sozial erwünscht ist es von den Journalisten, dass die hören wollen, Och, wir haben in Schweden alle riesigen Respekt vor Corona. Aber die Schweden sagt, wie so viele andere Zeugen, einfach unverblümt die Wahrheit. Niemand kümmert sich in Schweden um Corona, um so Dinge wie Abstand oder Hygiene, um ehrlich zu sein, sagt sie dann noch. Also um ehrlich zu sein, in Wirklichkeit kümmert sich in Schweden niemand um Corona. Also man kann, es wird immer wieder versucht, es so darzustellen, ich glaube es war die Bild-Zeitung, ja, als wäre bürden die Schweden vor Eigenverantwortung nur so strotzen und, ja, also dass sie doch in Wirklichkeit doch sowas wie einen halben Lockdown quasi freiwillig machen würden, ja. Aber das wird nur geredet, das ist nur geredet. Die ehrlichen Schweden geben zu, wir ignorieren Corona, wir leben ganz normal, unsere Kinder gehen ganz normal und maskenfrei zur Schule. Und nur Weißrussland ist ja noch krasser, die haben es ja von vornherein total ignoriert und haben deswegen wahrscheinlich auch die allergeringste Totenzahl an angeblichen Corona-Toten. Ja, bei Schweden liegen ja die Zahlen schon im Bereich einer kräftigen Grippe, ja. Auch wenn es viele andere Jahre gibt, in denen die Zahlen noch ein wenig höher sind in Schweden, behauptet jedenfalls eine Sendung, die ja auch in den Playlists von dem Sender News und Talks zu finden ist. Und, ja, es wird also immer in unseren Medien, großen Medien normalerweise immer von Eigenverantwortung der Schweden geredet, aber wenn man die Schweden mal ehrlich zu Wort kommen lässt und die sich das auch trauen, der sozialen Erwünschtheit zu widersprechen, dann geben die zu, wir kümmern uns überhaupt nicht um Corona. Wir leben völlig normal, ja. Die werden höchstens diese 50-Personen-Regel, die da noch gesetzt ist oder so, die werden sie wohl einhalten, ne. Und ob sie die immer einhalten, ist ja dann auch noch die Frage. Also, es wird eben in den großen Medien bisher immer oft von schwedischer Eigenverantwortung geredet, um zu verschleiern, dass in Schweden Corona praktisch in Wirklichkeit gar nicht beachtet wird. Alle Bilder und Aussagen zeigen alles wie sonst. Nur die Medizinindustrie macht auch in Schweden natürlich intern Theater. Das ist ja klar, denn das sind ja die Leute, die die vorteilbringenden Irrtümer im Kopf haben, ja. Also, wie heißt die Formel der Next Scientist for Future? Bitte die anderen 800 Sendungen schauen. Vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Ja, so lautet die Reformformel der Menschheit und der Welt und Deutschlands und Europas und so weiter. Ja, und wie gesagt, Clemens Abay war auch in Hangar 7, also Servus TV, ganz klar der beste Sender des deutschsprachigen Raums, der einzige wirklich gute. Und ja, und da ging es auch wieder darum, dass man sich doch eher auf die Schwerkranken orientieren sollte und deren und den Schutz der Hochrisikogruppen und das eben für alle anderen, das ja eigentlich irrelevant ist, wenn sie da so einen krippeähnlichen kleinen Effekt mal durchmachen. Boris Palmer, der ist allerdings so ein bisschen mehr auf den Mainstream, also auf den vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum, der jetzt doch wieder ein bisschen mehr eingeschränkt, schwenkt. Ja, da hat man ihn wohl zur Raison gebracht. Die Parteiraison hat da wohl Druck auf ihn wahrscheinlich oder möglicherweise ausgelöst. Na, kann man leider, kann man nur spekulieren. Und aber auch er sagt, wir sollten uns auf Schwerstkranke bei dem Zählweisen konzentrieren und letztendlich, also so ungefähr sowas deutet er jedenfalls an und eben auf die Risikogruppen konzentrieren. Und dann aber die Schlüsselfrage ist eben für mich immer wieder, es wurde dann auch wieder gesagt, ja, im Moment steigt die Zahl der belegten Intensivbetten an. Ja, und aber niemand stellt sich die Frage, wer belegt denn den Intensivbetten? Es sind doch genau die Ärzte, die jetzt angefüllt sind von vorteilbringenden Corona-Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümern, also entsprechenden Killerviren, das geistesangefüllt sind mittlerweile immer. Die wurden ja in den letzten Monaten, sind ja die Gehirne alles medizinischen Personals so angefüllt worden mit diesen vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümern, diesen Corona-bezogenen Killerviren des Geistes, dass die natürlich jetzt auch viel zu vorschnell Intensivbetten belegen, weswegen wir ja unbedingt sagen, wir müssen Biologen durch die Gesundheitsämter vereidigen lassen, auf die Bürger, sodass die dann sagen, nein, also da braucht man noch kein Intensivbett, weil der Körper dieses Menschen noch so vital ist, dass das noch nicht zwingend nötig ist. Und so würde man dann feststellen, dass eben bei den Intensivbetten sich dann, wenn die Biologen das entscheiden würden als neutrale, weil sie eben nicht so voll sind mit irgendwelchen vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümern, dass die dann eben auch dafür sorgen würden, dass das leichtfertige Belegen von Intensivbetten und das leichtfertige Anwenden von Beatmungen oder gefährlichen Behandlungstechniken eben unterbleibt dann. Und dann wurde aber auch gesagt, in Afrika verschwindet angeblich, also soweit im Talk im Hangar 7, ja, angeblich Corona schon weitgehend, ja, also das wurde ja öfters berichtet, dass in Afrika nichts los sei mit Corona, obwohl die praktisch ja sich gar keinen Lockdown leisten können, weil sie sonst alle verhungern würden, ja. Und ja, und das ist ein interessanter Hinweis. Ich glaube, es war von Clemens Arbei, dass die Kinder in Afrika besser naturgeimpft seien. Also es ist quasi so, die Kinder in Afrika werden nicht so sakrotan behandelt und was ja das Immunsystem eher schwächt, sondern denen wird das Immuntraining durch Dreck und Schmutz und Bakterien und Viren und Pilze und so weiter nicht vorenthalten, dadurch sind die besser naturgeimpft und dadurch kriegen die auch keine Probleme mit Corona, ja. Ja, und Palmer deutet immerhin noch an, dass er sowas wie eine Art Sicherheitsübertreibung bei den Maßnahmen bei der Politik für möglich hält. Also, ja, und ich kann nur ergänzen, das ist ein gewaltiges Auf-nummer-Sicher-Gehen, weil quasi, obwohl im Sterbebereich und bei den Schwerkranken, besonders wenn man sich darüber nachdenkt, dass die Intensivbettenbelegung von eben im Moment auf Corona fixierten, überempfindlichen Ärzten ja entschieden wird, ja, dann muss man davon ausgehen, dass das Ganze also, ja, von Anfang an total übertrieben war und man hätte wahrscheinlich am besten getan, wenn man sich an Weißrussland gehalten hätte und gesagt hätte, Corona, noch nicht mal ignorierend. Ja, und die Schweden, wie gesagt, in der Praxis scheint es so zu sein, dass die Schweden in der Praxis tatsächlich sich an dieses Gebot halten, Corona, noch nicht mal ignorieren, unwichtig, kräftige Grippe, Kaliber, kräftige Grippe, mehr nicht. Und wie gesagt, die neueren Daten bestätigen das. Und im Talk im Hangar 7, der gute Journalist, Fleischhacker, sagt das ja auch mal, wie kann es sein, dass die Zahlen sich um den Faktor 10- oder 20-fach in der Gefährlichkeitseinschätzung unterscheiden? Ja, der legt sich da sicherlich nicht fest auf eine, aber, also wie gesagt, alles, was ich als naturwissenschaftlicher Denker an Hinweisen bekommen konnte, spricht eindeutig dafür, dazu kräftige Grippe, Kaliber, kräftige Grippe, weitest entfernt von Kaliberpest oder irgendeine andere, wirklich nennenswerte Geschichte. Vorteilbringende Irrtümer, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss hier. Vorteilbringende Irrtümer, also wie gesagt, hätte Herr Drosten, hätte er in der Wahrheit gelebt, hätte er jetzt keinen großen medialen Erfolg gehabt, wäre kein berühmter Mensch geworden und so weiter, aus dem er sicherlich irgendwann auch finanzielles Kapital sterben, schlagen kann. Er wäre eher ausgestorben, weil er, ja eben, er hätte ja nichts Besonderes zu sagen gehabt. Ja, Corona, ja, wie jedes Jahr, Grippewinter halt. Dann hätte er keine große Karriere gemacht, wäre unter unseren Rahmenbedingungen, unseren falschen Rahmenbedingungen, also Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung, wäre, hätte keine große Karriere gemacht. Aber der Drosten, hier haben wir den zweiten Drosten, und der hat sich halt geirrt, der uns sagt, Oh nein, Corona ist genauso wie die Schweinegrippe damals der absolute Killer-Virus und wird uns alle dahin raffen, ist also, was weiß ich, viermal gefährlicher als eine kräftige Grippe oder vielleicht sogar zehnmal gefährlicher als eine kräftige Grippe und so weiter, ja. Und dadurch ist er jetzt berühmt geworden, kann sicherlich viele Kinder, hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren können und wird der Vorfahre von allen zukünftigen Drosten, Wielers und Lauterbachs und wird die Lehrinhalte des Medizinstudiums zukünftig bestimmen, ist jetzt eine berühmte Persönlichkeit, wird viele geistige Nachfolger, das hier können genauso gut dann auch geistige Kinder, geistige Nachfolger sein und sozusagen sein vorteilbringender Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum breitet sich jetzt überall massenhaft aus und wirkt als Killer-Virus des Geistes manipulierend auf die gesamte Weltbevölkerung und macht uns alle Corona-ängstlich sozusagen, ja, und richtet somit einen riesigen volkswirtschaftlichen Gesamtschaden an, aber ohne böse Absicht, bitte unterstellt, also wir haben keinen Beweis dafür, dass Drosten in irgendeiner Weise kriminelle Absichten verfolgen würde, einen kriminellen Plan hätte, kriminell das Ganze machen würde und genau wüsste, dass er die Unwahrheit sagt, sondern er irrt sich, er befindet sich in einem vorteilbringenden Irrtum und den müssen wir aussterben lassen durch die positiven Anreize, die übrigens, wenn wir hier also den Ärzten in Zukunft nur noch für das Fördern von Gesundheit, von Langlebigkeit, von Lebensqualität und Wirtschaftswunder im Lande, wenn wir das als positive Anreize setzen, also auch die Wirtschaftswunderdaten, dann würden ja jetzt quasi alle Lockdown-Schäden finanzieller Art quasi negativ dem Professor Drosten angerechnet werden mit diesen neuen positiven Anreizen und dadurch hätte er sich tausendmal überlegt, ob er so eine gewagte, ob er nicht doch dann nochmal überlegt, hoppla, bei Schweinegrippe habe ich um den Faktor 10 oder ungefähr oder auf jeden Fall deutlich daneben gelegen und da drüber gelegen, habe also eine Gefährlichkeitsüberschätzung abgegeben und ich muss jetzt vorsichtig sein, denn wenn ich jetzt aus Versehen eine Gefährlichkeitsüberschätzung bei Corona abgebe, dann werde ich auch sozusagen dann große Nachteile haben, weil ich keine Verdienstzuschüsse bekommen werde und das wird mir extrem schaden in meiner Karriere und in allem. Also das heißt also, diese positiven Anreize führen, und jetzt passen Sie auf, eben nicht nur zum Aussterben von vorteilbringenden Irrtümern, sondern auch zum Aussterben aller kriminellen Absichten, weil nämlich kein Geschäft mehr damit zu machen ist. Nehmen wir mal an, jetzt Professor Drosten, was ja manche verschwörungstheoretische Tätiker unterstellen unerlaubterweise, er wäre jetzt, hätte kriminelle Absichten und würde uns also aktiv belügen, dann würde er jetzt dadurch Vorteile haben können, aber wenn dann einmal die positiven Anreize gesetzt sind durch die Next Scientists for Future, dann kann er auch, könnte er auch durch, kann auch durch kriminelle Absichten niemand mehr verdienen. Also das heißt, positive Anreize führen zum Aussterben, zum gleichermaßen Aussterben von vorteilbringenden Irrtümern und auch kriminellen Absichten. Und damit haben wir die Lösung für die Menschheit. Und deswegen bitte, wählen Sie Bodo Schiffmann, die Partei Wir 2020 und suchen Sie nicht bei Bodo Schiffmann in den Krümeln. Für ihn ist vieles der Welterkenntnis und der Erkenntnisse der Missstände des Gesundheitswesens noch so neu, dass er sich noch über alles aufregt und dann vielleicht manchmal sehr, sehr emotional formuliert. Aber sehen Sie ihm das doch nach. Wir sind so abgebrüht, wir wissen, dass seit Jahrzehnten das alles schiefläuft im Gesundheitswesen. Für Dr. Bodo Schiffmann ist das noch neu und deswegen sehen Sie ihm doch bitte sein emotionales Reagieren einfach nach. Es kann ja nicht jeder so abgebrüht sein wie der Weltrat, der sozusagen und die Next Scientists for Future, die schon seit Jahrzehnten über alle Missstände Bescheid wissen und sich darüber längst nicht mehr aufruhigen, dass ständig jeden Tag Menschen sterben, auch durch die Panikmache oder durch vorteilbringende Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer im Gesundheitswesen, die begleiten uns schon seit vielen Jahrzehnten oder vielleicht sogar schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden und die haben schon ganze Armeen von Menschen dahin gerafft und darüber regen wir uns einfach nicht mehr auf, weil wir schon so abgebrüht sind. Und nichtsdestotrotz wollen wir endlich, dass endlich was dagegen geschieht und dafür brauchen wir solche prominenten Personen wie Herrn Dr. Schiffmann, der ja auch heute zu uns nach Köln kommt, aber ich werde ihn nicht persönlich ansprechen. Das soll in der Partei, der Landesverband von WIR 2020 soll das nach und nach ausbreiten auf die Partei und irgendwann wird das ja dann auch bei Dr. Schiffmann landen. Und dann kann er sich ja damit auseinandersetzen, ob er mittlerweile auch so kritisch zu dem ist. Man muss sich klar sein, es ist ja schließlich sein Gesundheitssystem, dass ihm jetzt all das antut, worüber er sich so schrecklich aufregt. Denn schließlich ist es das Gesundheitswesen, das quasi dazu geführt hat und verursacht hat, dass eben Kinder jetzt Masken tragen und eventuell möglicherweise daran sterben. Daran trägt ja das Gesundheitswesen die Schuld. Und vielleicht ist er ja dann auch in einiger Zeit bereit, zu akzeptieren, dass wir eine grundlegende Gesundheitsreform wirklich brauchen und ist dann bereit, vielleicht auch in diesem Sinne dann als Bundesvorsitzender oder als Spitzenkandidat, brauche ja nicht Bundesvorsitzender sein, als Spitzenkandidat, prominenter Spitzenkandidat zu fungieren. Vielleicht mit Bhakti, Wodak und so und so weiter. Und wäre schön jedenfalls. Wir wünschen uns das halt. Ja, dann war es das mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.